Schön, dass du heute dabei bist. Wir wollen heute zusammen über die Geburtsstrategie Conversions maximieren sprechen. Und ich höre oft, dass diese Geburtsstrategie empfohlen wird vom Google Ads Support. Ich denke über diese Geburtsstrategie wirklich selber oft nach. Selbst wenn ich andere Tätigkeiten ausführe für Kunden, wie beispielsweise Keywords recherchieren oder für unsere Kurse, Kurse vorbereite, immer wieder begleitet mich die Frage Geburtsstrategie. Wirklich andauernd. Deswegen ist es auch so wichtig, so ein Video hier zu machen auf YouTube. Es ist einfach so, dass es viele Faktoren gibt, die ich dir hier in diesem Video zeige, warum diese Geburtsstrategien nicht die richtigen für dich sind und ich irgendwann eine große Träne zerdrücke, wenn sowas wie manuelle Geburtsstrategien, die man übrigens nur noch über den Umweg wählen kann, das werde ich dir in einem anderen Video zeigen, das verlinke ich hier, wenn man sowas irgendwann abschafft bei Google. Es wird sicherlich auch dann noch Wege geben, auf Google Werbung zu machen, aber nicht mehr so schöne Wege. So, also wir reden heute nur über eine Geburtsstrategie. Conversions maximieren. Vorsichtig, wir reden nicht über ROAS maximieren. Nur über Conversions maximieren. Und das im Vergleich dazu zur Geburtsstrategie manuelle Gebote. Also ich sage, wie viel ist mir ein Keyword wert zu einer gewissen Tageszeit auf einem gewissen Gerät. Das kann man alles einstellen bei Standard manuellen Geboten. Allerdings bei Conversions maximieren kann ich sowas eigentlich nicht mehr einstellen, weil der Algorithmus braucht Datenpunkte. Und was das alles so auf sich hat, das erkläre ich dir jetzt. Und zwar ist es wirklich empfohlen, auch von mir und auch von Google, wenn ich jetzt so eine Strategie habe, wie Conversions maximieren, dann sollte man das immer mit weitgehend passenden Keywords kombinieren oder wenigstens mit passenden Wortgruppen. Und das ergibt auch Sinn, weil 15% aller Suchanfragen am Tag sind neu, die bei Google getätigt werden. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand Ananas kaufen eingibt, dann kommt das natürlich tagtäglich vor. Jemand möchte sich einen Online-Shop daraus suchen, der irgendwie Lebensmittel liefert und Ananas kaufen, Frühblüher, irgendwie so exotische Dinge. Ja, eine Ananas ist auch exotisch, passt ganz gut hier das Beispiel. Das wird dann eben vielleicht das allererste Mal jemals auf Deutsch eingegeben. Und Google muss natürlich dann irgendwie bewerten anhand seines Algorithmus. Also der Algorithmus hat gelernt anhand von Datenpunkten, ob dieses Keyword viel wert für dich ist oder wenig für dich wert ist. Und deswegen ist es schon mal so, dass wenn ich verschiedene, ich rede hier gerne von Mehrdimensionalität, weil in einem mehrdimensionalen Raum habe ich sozusagen Datenschichten. Ich weiß, für viele ist es lange her, ist es super fies, aber es gibt mehrdimensionale Räume, wie zum Beispiel 10 Dimensionen. Das kann man gar nicht aufmalen. Man kann drei Dimensionen aufmalen. Die kann man dann so visualisieren, dass es in den Raum reingeht. Man hat eine X-Achse, eine Y-Achse, eine Z-Achse. Aber bei mehr Dimensionen, und das gibt bei Google, ich würde sagen, es gibt 20 Dimensionen. Also es gibt nicht nur eine X, Y, Z-Achse, sondern auch eine A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-Achse oder eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Ich werde die hier gleich mal benennen, damit du weißt, was ich meine. Eine Dimension zum Beispiel in eine Richtung, die man messen kann, ist, welches Keyword überhaupt. Und ist an diesem Keyword zum Beispiel der Begriff Kaufen mit dran oder nicht? Und all solche Faktoren bzw. all solche Werte, die Google messen kann. Wert 1 ist zum Beispiel Kaufen ist mit dran, Wert 2 Kaufen ist nicht mit dran, Wert 3 Supermarkt ist mit dran und so weiter. Also es sind alles Werte auf dieser Achse. Dann habe ich Zielgruppe. Zielgruppe könnte Zielgruppe A und Zielgruppe B sein. Wochentag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Jahreszeit, Vorweihnachtszeit versus nicht Vorweihnachtszeit, Tageszeit, Morgens versus Abends, Nachts, Retargeting haben wir. Kennt der Besucher uns schon? Kennt er uns nicht. Ganz großes Thema, immer wieder beim Bieten. Das Land. Biete ich nur in Deutschland oder verhalten die Österreicher sich anders? Die Sprache. Spreche ich zum Beispiel Deutsch in Deutschland oder spreche ich Deutsch in Österreich oder spreche ich zum Beispiel Französisch in Deutschland? Habe ich so meinen Browser eingestellt oder eben nicht? Habe ich vielleicht meinen Browser Französisch und spreche aber Englisch? Dann die dritte, äh, die, Entschuldigung, neunte Sache. Regionen. Lebe ich eher im ländlichen Gebiet oder nicht im ländlichen Gebiet? Die zehnte Sache sind die Conversion-Einstellungen. Also mit welchen Daten soll überhaupt gelernt werden? Aus welchem Zeitraum? Aus dem letzten Jahr? Das geht überhaupt gar nicht. Aus den letzten 90 Tagen? Aus den letzten 30 Tagen? Oder auch so Dinge wie Attributionsmodell. Da werde ich auf jeden Fall auch ein Video hier verlinken, sobald es da ist zum Thema datengetriebene Attribution versus zum Beispiel lineare Attribution. Dann gibt es Datenpunkte hinsichtlich des Gerätes, zum Beispiel iPhone versus auch das Modell iPhone 14. Also eigentlich könnte man hier von zwei Datenpunkten schon sprechen, beziehungsweise von zwei neuen Schichten. Änderungen an der Landingpage oder die USP stellen auf jeden Fall auch einen Faktor dar, beziehungsweise so eine Schicht, weil immer wenn ich was ändere, ändert sich sozusagen auch meine Ausgangslage überhaupt beim Bieten. Dann habe ich Marketingziele. Das wäre dann hier zum Beispiel der Faktor 13. Ich hoffe, du hast mitgezählt, weil ich komme hier schon ganz schön durcheinander. Die Marketingziele könnten bei Kunde A oder bei bietendem A anders sein als bei bietendem B, also Branding versus Abverkauf. Das soll ich Google auch immer sehr präsent mitteilen. Sobald ich eine Kampagne erstelle, werde ich ja auch aufgerufen zu sagen, wofür interessiere ich mich überhaupt? Für Leads oder für Käufe? Und auch das wieder ist eine ganz eigene Schicht, die komplett verändert, wie so ein Algorithmus eigentlich arbeiten sollte. Als Faktor 14 habe ich hier aufgeschrieben, die Texte und Erweiterungen, wie ich auf den Kunden zugehe, das ist ja auch in einem Offline-Geschäft so, können sich auch komplett unterscheiden. Gehe ich nett auf denjenigen zu, sehr aggressiv, passiv. Das bedeutet, wie ist sozusagen mein Anzeigentext, wie ist die Erweiterung, wie wirkt die auf den Menschen und auch das ist wieder ein Faktor, Faktor 14. Ich schätze, ich habe hier mindestens sechs bis sieben Faktoren sogar noch vergessen, eventuell nicht. Schreibt mir unter dieses Video, wenn ich noch einen Faktor vergessen habe, was in Strategien mit Einläuf bzw. für Algorithmen wichtig ist, um eben zu entscheiden, ob jetzt bieten wichtig ist, in diesem Moment in Realtime oder eben nicht wichtig ist. Das bedeutet, es steht sozusagen eine Auktion an, jemand googelt etwas und Google muss entscheiden, ist es jetzt wichtig für mich, für den Kunden oder ist es nicht wichtig für dieses Google Ads Konto. Wenn du da weitere Faktoren kennst, kommentiere die hier unter dieses Video. Jetzt habe ich dir aber schon mal erklärt, was bedeutet mehr Dimensionalität und von hier aus können wir jetzt weitermachen, weil es wird noch spannender. So, wir haben eben über diese Dimensionen geredet und wenn du jetzt an ein Koordinatensystem in der Schule denkst, wo die Werte, die du einer Achse zuordnest, eben von 0, 1, 2, 3 bis unendlich gehen können und du die dann miteinander verknüpfst, dann gibt es unendlich viele Verknüpfungen. Jetzt ist es bei Google so und in unserem Fall, wo wir eben diese verschiedenen Kategorien haben, die sich mit auf Conversions auswirken, da ist es so, dass es zum Beispiel eben nicht unendlich Wochentage gibt. Es gibt auch nicht unendlich Stunden am Tag, das heißt, wir können Cluster bilden. Bedeutet, bei Wochentagen haben wir sieben Cluster, bei Stunden am Tag haben wir 24 grobe Cluster, bei Zielgruppen haben wir vielleicht drei oder vier, bei der Wichtigkeit von Keywords haben wir auch vielleicht vier oder fünf, ist das Wort kaufen mit dran, wie relevant ist das Ganze. Vielleicht ist aber auch mehr, also da kann es gegen 100 oder 200 gehen. Also es sind schon einige Cluster, vor allen Dingen ist das mit das Schwierigste, also das Keyword an sich. Aber du siehst, wir haben hier eben eine limitierte Anzahl an Werten pro Achse. Dennoch ist es so, wenn wir ein Kreuzprodukt bilden, dass die Summe aller dieser Variationen, die ich bilden kann, also diese Summe aller Kombinationen bei Kombinatorik und Variationen und so weiter, da bin ich selber raus. Mathematisch bin ich da nicht so tief drin, aber wenn ich das alles miteinander verknüpfe, dann habe ich trotzdem eine riesige Summe an Kombinationsmöglichkeiten. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich die Kombinationsmöglichkeiten habe und andererseits Datenpunkte pro Keyword, die ich sammle. Beispielsweise nur die Klicks, nicht mal die Conversions. Ich rede nur über Klicks. Sagen wir, es interessieren sich tausend Menschen im Monat dafür, eine Ananas online zu kaufen. Das ist jetzt eine fiktive Zahl, damit es einfach wird. Und wir haben immer mit unserer Position 1 bei Google, wenn wir darauf bieten, eine Klickrate von 10%. Das heißt, wir bekommen 100 Klicks im Monat. Wie teuer ist diese Datenlage? Wenn ich jetzt einen Durchschnittspreis pro Klick habe, der relativ üblich ist von 2,50 Euro, dann müssen wir rechnen 100 mal 2,50 Euro, das sind 250 Euro im Monat, um diese 100 Klicks zu erreichen. Die Frage jetzt, ob 100 Klicks viel sind, um darauf zu schließen, ob ich in diesem Bereich in meinem mehrdimensionalen Raum eine höhere Erfolgschance habe als in einem anderen Cluster, das ist extrem schwierig, weil wir mehrere tausend Cluster definitiv haben. Bedeutet, 100 Klicks sind relativ wenig. 100 Klicks können aber funktionieren, denn es gibt in all diesen Clustern sicherlich, so wie ich eben diese Wochentage zum Beispiel zusammen aggregieren kann, wie ich Stunden zusammen aggregieren kann, die sich ja wiederholen. Es gibt ganz viele Spill-Over-Effekte. Das bedeutet, 100 ist jetzt nicht ganz wenig, also 100 Klicks, aber es ist auch nicht ganz viel. Das siehst du an meiner Rechnung hier und an diesem mehrdimensionalen Raum. Bedeutet, wenn du jetzt 20 Klicks auf ein Keyword hast, wenn du zum Beispiel 10 Keywords, die insgesamt Bananen, Äpfel, Aprikosen und Ananas, die du in einer Anzeigengruppe hast, was nicht gut wäre, in mehreren Anzeigengruppen, was wieder besser ist, aber du hast 10 verschiedene, weitgehend passende Keywords mit einem Suchvolumen von 1000 und auf jedes dieser Keywords hast du 100 Klicks in einem Monat gesammelt. Das wären dann 100 Klicks mal 10, das wären 1000 Klicks, 1000 Klicks mal 2,50 Euro, wären schon ein Budget von 2500 Euro im Monat. Und wenn ich dir jetzt sage, dass für die Geburtsstrategie Conversions maximieren 100 Klicks sehr wenig sind, weil es eben sehr viele Cluster gibt, dann weißt du, dass du mit einem Budget von 2500 Euro im Monat wahrscheinlich nicht mit einer Geburtsstrategie wie Conversions maximieren erfolgreich sein kannst. Ja, ist eine einfache Rechnung. Kommentier mal hier drunter bitte, was der Durchschnittsklickpreis in deiner Branche ist. Dann können alle hier unten durchscrollen und sehen, ah ja, da ist es ein anderer Durchschnittspreis als bei jemand anders. Man kann das zwar bei Keywordtool.io nachgucken, aber es ist viel interessanter, wenn ihr schreibt, was habt ihr wirklich für tatsächliche Durchschnittspreise auf einen Klick bei Google Ads. Weil dann öffnet das vielleicht dem einen oder anderen hier im deutschen Sprachraum, sag ich mal, die Augen und irgendjemand sieht, oh, bei Privatdetektiv München kann man schon mal 20, 30, 40, 50 Euro pro Klick zahlen und bei Ananas kaufen sind es nicht so wie bei Keywordtool.io oder im Google Keywordplaner 30 Cent, sondern eben 1,50 Euro oder 1 Euro pro Klick im Suchnetzwerk. Nicht bei Google Shopping, sondern im Suchnetzwerk. So, jetzt könntest du mich noch fragen, Malte, wie viele Datenpunkte braucht man eigentlich für ein Keyword, damit ich darauf schließen kann, dass Keyword A besser ist als Keyword B beispielsweise, das wäre so eine bekannte Frage, sind Äpfel besser als Birn? Ja, ich würde sagen, es sind mehrere Tausend und das auf einen Monat gerechnet. Weil ansonsten ändert sich wieder die Jahreszeit und wir haben wieder einen Riesencluster, der den anderen überlagert. Das bedeutet, wir brauchen zum Beispiel alleine in einem November oder in einem Januar oder einem Februar brauchen wir alleine dort für jeweils eines dieser beiden Keywords mehr als tausend Klicks. Und da kannst du dir jetzt mit dem CPC, den du durchschnittlich bezahlst, deine Kosten errechnen, um diese tausend oder zwei, dreitausend Klicks zu bezahlen pro Monat. Darunter bin ich der absoluten Meinung, dass du nur erfolgreich sein kannst. Man kann auch, wenn Google irgendwann manuellen CPC abschafft, kann man trotzdem auch mit diesen Geburtsstrategien wie Conversions maximieren erfolgreich sein, aber dann musst du selber dein Gehirn einschalten. Oder ich muss mein Gehirn einschalten, wenn ich eine Anzeige konfiguriere. Und zwar muss ich versuchen, die Cluster so gering wie möglich zu halten. Das heißt, ich nehme, wenn ich jetzt verschiedene Produkte habe und ich habe ein Budget von 5000 Euro im Monat, dann würde ich als Rewe Online nur auf Ananas erstmal gehen, um dort genug Datenpunkte zu sammeln, dass die Geburtsstrategie überhaupt funktionieren kann. Das mag vielleicht nur 500 Euro oder 1000 Euro sein, weil ich am Ende im Google Shopping Netzwerk deutlich günstigere CPCs erzielen kann. Aber es ist wirklich so, dass du mehrere hundert bis tausend Datenpunkte oder mehrere tausend am besten Datenpunkte eben pro Keyword, pro Zielgruppe, aber eigentlich pro Keyword, weil das stelle ich hier mal in den Mittelpunkt brauchst, damit eben alle anderen Cluster ihre Informationen bekommen, ob sie wertvoll sind oder nicht wertvoll sind. Und dadurch wird eben das Netz in deinem Koordinatensystem gefüllt und wird immer dichter. Das ist das, was du machen willst. Du willst Datenpunkte miteinander verbinden und dieses Netz wird natürlich dichter. Je mehr Datenpunkte du generierst und ein Datenpunkt ist ein Klick. Jetzt kommen wir dazu, dass wenn wir jetzt von diesen Conversions auch noch drauf schließen wollen, dass eine Conversion wertvoll ist oder nicht, dann wird es jetzt auch ultra kompliziert, weil eigentlich bräuchtest du theoretisch und das ist so eine Standardfrage, wie viele Conversions brauche ich, um erfolgreich zu sein in meinem Cluster-Network. Ja, das lässt sich nicht so genau sagen, weil manche von euch haben eben mehr Cluster und manche nicht und das ist auch mein Tipp und die Quintessenz aus diesem Video hier. Versuch die Cluster so gering wie möglich zu erhalten. Darum geht's. Wenig Cluster haben. Das bedeutet nur mit wenigen Keywords, mit wenigen Anzeigengruppen anfangen und dort so viel Budget wie möglich draufhauen, sodass man eben nicht so viele Netze hat und die Netze, die man eben hat, dass man die wirklich übereinander geben kann und die dann eben am Ende ein dichtes Netz ergeben, weil wenn du verschiedene Netze im Raum hast, so wie zum Beispiel ein Netz hast du nur für Ananas und ein Netz hast du sozusagen für Aprikosen, dann kannst du die nicht übereinander legen, weil diese beiden Netze nichts miteinander zu tun haben, denn es sind zwei völlig verschiedene Zielgruppen beziehungsweise zwei völlig verschiedene Märkte. Ja, weil es zwei verschiedene Produkte sind. Ein Produkt, ein Markt. Ja, du kannst nicht Treppensteiger mit Aprikosen vergleichen, das geht nicht. Genau und das beantwortet die Frage, wie viele Conversions braucht man? Ja, natürlich so viel wie möglich, um die Geburtsstrategie Conversions maximieren zu starten. Jetzt ist es nun mal so, dass es hier wirklich der Fall ist, dass die meisten dort mit Hard Conversions arbeiten, also mit Kaufen und das funktioniert in der Regel nur semi-optimal, weil du brauchst auch hier wieder mehrere tausend Datenpunkte im Monat oder wenigstens mehrere hundert. Die allerdings kommen ja noch zu den Klicks dazu, das heißt, wir haben schon Klicks und Google kann beobachten, wann wird häufiger geklickt etc. und kann dann diese Conversion zuordnen und das dann in diesen Raum reinpacken. Und außerdem ist Google wahrscheinlich frech genug, um sich den gesamten Markt anzugucken. Das heißt, Google lernt auch bei deinen Wettbewerbern mit. Das bedeutet, Google hat nicht nur deine Datenpunkte, sondern auch die der anderen, was wieder zuträglich ist, eben für diese Geburtsstrategie. Aber es ist dennoch so, dass ich der Meinung bin, du brauchst mindestens mehrere hundert Conversions für einen Markt, für Früchte. Von mir aus, lass diesen Markt Früchte sein und nicht nur Ananas, damit die Geburtsstrategie Conversions maximieren gut funktioniert. Es kann auch funktionieren mit, sagen wir, 30 Conversions im Monat, also nur eine Conversion am Tag. Aber dann funktioniert es immer suboptimal. Außerdem musst du dann eben aufpassen, dass du von Anfang an schon sagst, okay, wir ändern eben später nicht viel an dieser Kampagne. Weil das ist nämlich der große Block, der dann den Bietenden auf die Füße fällt. Google überredet momentan viele dazu und bringt sie dazu durch die Oberfläche, durch den Google Ads Support, dass wir eben Geburtsstrategien wie Conversions maximieren aktivieren. Google kommt dann mit dem Argument, lass bitte den Algorithmus lernen. Das haben sehr viele von euch wahrscheinlich schon gehört. Kommentiere hier drunter, wenn du das schon gehört hast und schreib, ja, das habe ich schon mal gehört. Es ist jetzt aber so, dass, stell dir mal vor, du steckst 10.000 Euro im Monat als Supermarkt in Google Ads und die Kampagne lernt. Stell dir dann vor, dass du die Cluster verschiebst, bedeutet die Priorität, auf welche Cluster du deinen Fokus setzt. Das heißt, du änderst zum Beispiel was an deiner Landingpage, die übrigens auch eine Ebene in deinem System ist, also die USP auf deiner Landingpage. Du änderst die Keywords, du schließt welche aus oder du tust welche dazu. Was passiert dann? Du hast wieder Netze aufgebaut, die gar nichts mehr bringen. Das heißt, die Netze verschieben sich voneinander und du hast wieder einen luftleeren Raum, in dem du optimieren sollst. Das bedeutet, wenn Google dir den Tipp gibt, lass den Algorithmus lernen, dann muss Google im gleichen Moment dir eigentlich eine große Warnung geben und ich für Google hat das bei dir getan und sagen, bitte ändere dann später nichts an deiner Kampagne. Ansonsten geht der Algorithmus und damit das Netz kaputt, das Netz zerreißt. Ganz einfach. Und das ist meine große Warnung hier in dem Video. Wenn du ein Netz aufgebaut hast, durch Convergence maximieren, ändere nichts an dieser Kampagne, sondern stell neue Kampagnen auf, wenn du der Meinung bist, du willst irgendwas testen. Und Punkt zwei ist, sammel so viele Datenpunkte wie möglich zu einer Produktkategorie, bevor du Budget aufteilst. Weil wenn du schon sagst, 5000 Euro ist ein hohes Budget für mich, für meinen Online-Shop, dann schieb das bitte auf eine Kampagne und baue ein Netz auf und baue nicht an zwei Netzen. Und ich hoffe, mit diesem Vergleich konntest du dir richtig, richtig gut vorstellen, was ich oft in meinen Videos mit inhomogenen und homogenen Produkten meine. Damit meine ich eben zwei verschiedene Produkte, die nichts miteinander zu tun haben, wo du dir kein homogenes Netz aufbauen kannst, das eben dir irgendwas bringt für weitere Produkte oder weitere Keywords. Und ich hoffe, du kannst mit diesem Video hier bessere Kampagnen schalten und zerstörst du ja am Ende nicht deine Learnings. So, ich hoffe, du kannst jetzt besser einschätzen, ob Convergence maximieren die richtige Geburtsstrategie für dich ist. Dennoch muss ich dazu sagen hier, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt wirklich auch Szenarien, wo ich gesehen habe, dass die Geburtsstrategie Convergence maximieren deutlich besser funktioniert hat als manuelle Gebote. Und das hatte dann zum Teil mit dem Markt zu tun, beziehungsweise auch damit, wie einfach ist dieser Markt für Google zu begreifen. Und dazu gehört dann einiges an Erfahrung. Und ich sehe relativ viele Konten, an denen ich Erfahrung sammle. Und deswegen habe ich hier, wenn du es bis hier an diese Stelle geschafft hast, in diesem Video, dann denke ich, dass mal dein Interesse sehr, sehr groß ist, eine perfekte Strategie zu wählen in deinem Google Ads Konto. Und deswegen habe ich hier noch ein Angebot, das ich für dich machen kann, denn dann habe ich immer das Gefühl, dass ich den größten Hebel für dich bringen kann und den meisten Impact auch irgendwie im deutschen Google Ads Markt bringen kann. Und das ist, dass ich dir ein Feedback gebe, wenn du unter dieses Video schreibst, hey Malte, das sind meine Produkte, das sind meine Dienstleistungen. Was würdest du hier für eine Strategie wählen mit dem und dem Budget? Das kannst du gerne tun. Wenn du nicht möchtest, dass es andere sehen, kannst du es mir auch gerne privat schreiben. Ich habe hier zum Beispiel mein LinkedIn-Profil. Schau mal, du kannst mir an mein LinkedIn-Profil schreiben. Malte, was würdest du wählen? Oder eben auch an mein Instagram-Profil. Wenn du ganz viel Vertrauen in mich hast, du kannst mir auch gerne einfach deine Konto-ID geben und ich stelle eine Anfrage, kann dann in dein Google Ads Konto reingucken und dann sage ich dir, welches ich als Geburtsstrategie für einen Anfang wählen würde oder in dem Stadium, in dem du dich befindest mit deinen Produkten. Weil ich lerne natürlich auch mit jedem Konto, in das ich reingucke, dazu und kann coolere oder informativere YouTube-Videos machen. Deswegen, ich freue mich, dass du hier dabei warst und freue mich auch über ein Like für dieses Video hier. Guck dir auch mal unsere Kurse an. Ich habe super viele Kurse und viele, viele Videos über Google Ads. Einfach mal hier drunter nachschauen. Bis dann, dein Malte.